Als der Kaffee vor Jahrhunderten aus dem fernen Morgenland nach Europa kam, ahnte niemand, dass es sich zu einem der beliebtesten Genussmittel entfalten würde. Auch die Firma TKS Rausch GmbH in Lambrechtshausen hat sich diesem herrlich aromatischen Getränk angenommen. Das Salzburger Unternehmen lässt die wertvollen Bohnen in einer italienischen Rösterei durch ein äußerst schonendes Röstverfahren zum vortrefflichen Trinkvergnügen verarbeiten. Damit auf Sie in den Genuss dieser Köstlichkeit kommen, hat die TKS Rausch GmbH unter dem wohlklingenden Namen Rausch Kaffee Kono Center ein Handelsnetz für Ihre Marke ins Leben gerufen. Weiters hat die Firma Rausch auch die Generalvertretung für Lamborghini Kaffee in Österreich über. Hochwertige Kaffeemaschinen inklusive 24-Stunden-Service und umfangreiches Zubehör kompletieren das Angebot. Machen Sie es sich gemütlich, lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von den Kaffeespezialitäten der TKS Rausch GmbH verführen.